Das war hier die Pizzeria. Diese zwei sind die besten in der Welt. Kommt hier zu Empuja Brava, zu dieser Pizzeria. Ich zeige euch noch einen Namen. Und jetzt gehen wir weiter. Bye-bye zu beiden. Ciao! Adios! Und da geht's, wir gehen weiter zu Empuja Brava. Ich komme gerade hier aus der Pizzeria. Es ist die beste Pizzeria in der ganzen Welt hier. Und ist in Empuja Brava. Ihr habt das Glück, sie mit mir kennenzulernen. Es sind ein Geschwisterpaar, die die Pizzeria machen. Die Pizzeria ist hier. Das ist der Name. El Kao de la Iguana Pizzeria. Ich komme gerade von dieser Pizzeria. Genial! Wenn ihr wollt, eine gute Pizza zu Empuja Brava. Das ist hier. Das ist die Platz. Und ihr könnt... Du willst ein bisschen über die Pizzeria sagen? Du willst ein Wort über die Pizza? Ja. Wie ist die Pizza hier? Es ist gut. Es ist gut. Was ist die beste Pizza? Ich empfehle, dass sie hierher kommen. Die Pizzeria ist hier. Die Pizzeria ist hier. Die Pizzeria ist hier. Sie haben gerade gesagt, es ist die beste Pizzeria hier. In diesem Ort. Sie haben sich gerade gesagt, es ist die beste Pizzeria hier. Die zwei Seminhalte sind hier. Sie haben gesagt, es ist die beste Pizza zu Empuja Brava. Und jetzt, wie ihr es gehört habt, ist die beste Pizza zu Empuja Brava. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Und wir gehen weiter. Direktion Empuja Brava. Wir gehen weiter Richtung Empuja Brava. Stadtzentrum. On y va? On va? Direktion Empuja Brava. Direktion del Centro de Empuja Brava. Das ist ein Ort. Tippe. Esklad Oil. Wenn Sie hier bezahle Pötere zu kaufen, hier sind es hier. Hier ist es das Ort. Esklad Oil. Si ustedes quieren comprar petrol, aquí es el más, el mejor precio. La gente ven todos aquí. Es secreto esto, best place to buy petrol, wirklich der beste Platz um Benzin zu kaufen. Aquí hay otro lugar que puedes comparar, estos dos lugares son los mejores para comprar petrol. Estos dos lugares son los mejores lugares para comprar petrol y Benzin. Aquí en Pujar Brava, un secreto. Este es nuestro lugar donde puedes comprar petrol. El mejor precio, los dos, hay que comparar cuando estás aquí en Pujar Brava. Estos dos son las mejores para comprar petrol por el coche. Pujar Brava Pujar Brava Pujar Brava Pujar Brava Pujar Brava Pujar Brava Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020